4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. So, 4 Stacks eben geerntet. 4 Stacks. Was sagt denn Kohle? 4, 5, 20. Aber wir kommen gerade an Kohle-Probleme. Löcher? Echt? Also in richtige Probleme? Achso. Echt? Äh, ja. Ja, wir haben kaum noch Kohlelackers leer. Ah ne, noch nicht ganz, äh, noch 2 Stacks sind da. Also? 1? 2? 1? so 39 steine habe ich jetzt ab mal wieder und dann werde ich sowieso die meisten wieder abbauen weil ich hatte die nur kurzfristig hier massiv hier baue und gleich fahr ich wieder runter dann lass es doch sein warum und man das doch kaum braucht als ob wir so viel redstone hätten wir haben auch ein bisschen zu haben ja woher habe ich doch einmal geholt auf dem hast du acht da hast du es lang gefunden zu machen ja ja also in der kiste ist aber ich wusste nur magma slime wozu brauchen wir den denn eigentlich wenn wir waycraft hätten wüsste ich wo man für den gebrauchen konnte ja du waycraft ist nicht da in sich weiß es soja den turm werden wir heute werden wir doch nicht heute mehr fertig bekommen der ist halb so komplex wie die ganze mauer die wir gebaut die ich gebaut habe oder was ein komisches konstrukt ich gehe mal gucken was du da so wie viel steine sind denn noch da so so fast zwei stecks pricks hippie wenn man so jetzt funktioniert in gewisser weise aber hoch kommt man hier immer noch nicht ich frage mich das und gott was hast du denn da für kompliziertes gebaut ja das das ist wesentlich unkompliziertes aus jetzt ist hier unten das ist eigentlich alles nur nicht aber warum bin ich denn da runtergefallen warum war ich da direkt tot man will ja auch nicht über slime lassen aber man will auch ach das runter geht so so naja warte naja warte naja jetzt fällt es immer noch ob ich die jetzt verpfittigen ja jetzt ist es wieder einzug schief und wenn ich das mache ist es wieder einzug ach ach ich glaube irgendwann brauche ich mal eine neue maus aber die ist so teuer mit anderen mäusen käme ich gar nicht zurecht die anders aussehen aussehen schau 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 ich würde sagen sonst brauche ich das hier einfach an die mauer ran dann weiß ich auch nicht wie ich das verkabeln soll also perfekt rund ist das jetzt nicht da habe ich einmal einen Fehler gebaut und da habe ich einen Fehler gemacht schau 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 ich würde jetzt den ganzen Mist hier unten erst mal ab schau ich habe ihn zwar gemacht schau 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 Ja, ich weiß, das hört sich schlimmer an. Bin jetzt gerade am Überweg und stehe ich wie Oxford-Berg. Was mache ich denn da? So, ja, muss ich einmal nicht wieder runterstacken. So, ja jetzt sieht das wunderbar aus. Hat zwar nicht mal eine ungerade Anzahl von Dingern, aber was soll's. Hauptsache sieht besser aus, ne? Nein, aber nicht. Was? Oh, ich hoffe, das erkältet man doch nicht oder nein. Ja, das kann man hier schön hinbauen. Und das muss man hier doch hinbauen. Nussi, hast du ne Idee, wie man das hier verstecken kann? Was denn? Der Kasten. Oder soll ich den einfach hoch brauchen? Ich weiß es nicht. Scheiße. Ich baue die jetzt einfach hoch. So. Ah, boink. Nur noch ein halbes Herz. Kann man hier denn nicht so Türme hinbauen? Ja, oder so. Später mal so. Am Tor wollte ich sowieso Türme hinbauen noch. Nein, nein. Ja, hier. Ja, aber weiter hinten. Also so nach hinten gesichert. Kannst ja mal gucken, wenn du willst. Vielleicht meinst du so Zwischentürme? Naja, nee. Das ist halt... Profesorisch. Also nein, nicht profesorisch, aber... Nicht so wahrscheinlich, wie ich es exakt verstehe. Vielleicht dann wird eben eventuell denn da ein Haus hinterbauen. Nein. Ja, komm. Sonst komm mal her, dann kann ich dir zeigen, wo ich meine. Na, werden wir schon was hinbekommen? Es hat... Nein, es hat was da... Nur sie. Ja, ich meinte zu... Äh... Zur Tarnung dann ein Haus in Baut. Du weißt aber... Du weißt aber ja gar nicht, wie das aussieht. Ne, aber werde ich dir... Lach ich dann schon sehen. Jetzt möchte ich ja alles hier abbauen, ob ich das nochmal ein nach hinten verschieben muss, oder was? Was, Weihnachten? Ne... Ne, eine... So... Ne... Am liebsten würde ich den scheiß Turm heute noch fertig bekommen, ja. Ja... Ja, mach es doch. Die Folge, der ist schon fertig. Aber bitte... Ah... Ne... Haben wir aber auch noch... ... etwas anderes aufzunehmen. Ja... 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 Stimmt, jetzt muss ich... Jetzt muss ich hier gehen. Oh Mann, aber das ist... Jetzt muss ich hier... Oh Gott, Zombie... Oh Mann, ich bin jetzt hier... Oh... Ach... Ach... Da war ein glücklicher Doppel-Klick. Genau wie ich den brauchte. Ja... So... 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 Da werde ich jetzt aber... Ich erzähle rum... Mängeln... Oh Gott, diese Grippe! Nein! Nein! Alles weg! Na okay, nein... Aber... Nein, das ist... Passt nicht... Weil... Ich hab das jetzt nicht unterirdisch gebraucht... Das ist... Ei, ei, ei... Nein, ich... So... So... O-o-o-o-o... Ok, ich bin hier auch gleich fertig. Also... Au-o-o-o... Ich hatte sie geflaut und ich habe das mit wenig hingesetzt, aber... Egal... dieses doppelklicken hier was ich hier habe permanent ich habe nicht so viel ahnung mit der technik oder dann muss ich das noch ein länger machen so da haben wir noch so so gut die massive bebauung des tunschaften mache ich heute noch fertig war nicht die ausbildung die ausmacht so dass außerdem nicht mal heute so schütte aber wenn ich jetzt da klippe so 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 ab und zu mal habe ich so ein doppelklick drin irgendwie für meine rechte maustaste nicht so wie ich das haben will so und das ist schon recht nervenaubreife so so jetzt habe ich da noch so ziemliche lücke naja so 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 ein 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 Ah, auch mehr. Ein paar weniger. Dinger werden mir noch fehlen Na ein Stack fehlt mir noch Zika Aber wie mache ich das jetzt schon wieder aus? Oder man muss sich einfach drauf hinlassen So, 38 plus 38 38, die reichen mir erstmal So, ist das durchgebranntes dauert es ja noch Da verbrauche ich dann eben die 24, die ich hier noch habe Ja, bald bin ich soweit, dass ich mich nicht mal hochstecken brauche Oder vielleicht ist das schon soweit Kann ich uns niedersuchen? Wie dieses Topic licken Was ich drin habe Was bei mir dauernd ist Ja, ich frage mich noch mal Was verbraut er denn nicht? Sooo Ja 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 Mir fehlen vielleicht 20 Brixen noch, dann bin ich fertig Ja, warte ich noch nicht Eigentlich schon, aber Ich muss noch nicht so kurz sein So hat das dann auch jetzt So hat das dann auch jetzt Neer, ich bin nicht mit dem Da beziehen Oh Mann Oh Wenn ich das so haue Oh Pass auf Oh Erstens, warum Jetzt seh dich nicht, dazu kann ich das nicht sagen Ne Da oben hin Ne Keine Leute Ja 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 Vielleicht befeuert das Redstone da was Ne Das befeuert nicht, aber Ja So Mal angucken Meint den Turm Ja 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 Ja, wenn man den noch ein bisschen höher zieht Minimal Wenn man den minimal höher zieht Noch ein, zwei Leer Ups Ja Nur dann muss man von innen auch noch den Turm praktisch vollenden Hmm Oder auch nicht Und der Arme Und der Arme Sieht nach Äh Äh Bin ich ja da da noch rum nicht Steht 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 Ja Ja Da tut sich schon gut aus Muss ich nur noch ein bisschen höher ziehen Aber Meine Frage ist Meine Frage ist Warum mach ich denn jetzt Hey Leute, muss ich nur einmal da aufmachen Ach Gott Ja Ja Das kann man in ein Haus hier einfach mal verstecken Nein Hier das äh Hier muss Ah ja jetzt Also man muss komischerweise immer einmal kurz hier drauf klicken Das ist ja du Ach Ist das kompliziert, was du da gebaut hast Das frage ich, das denk ich nicht Ich würde das einfach weglassen Nein, warum? Du willst doch alles weglassen Ich hab das geploppt ab, oder? Ja Schade Kann ich nicht hochziehen Na ja Gut Äh Ja Da baue ich Ich denke Drei Layer höher Und Ja Noch drei Layer höher Dann passt das Mit den Toren Da muss aber Da muss aber Muss da ein ganz schön massives Haus da Hier gebaut werden Äh Sammeln eben mal den Piston ein Sonst sammle ich den ein Hier ist doch nicht schlimm Sammeln das ganz Ganz Gerne einsammeln Mann aber wie kriegt das denn jetzt wieder hoch? Das ist okay Okay Kann man das auch machen Kann man das auch machen? Platz sparen Da geht da gar nichts Wie? Ich bin doch schon dabei das so platzsparend wie möglich zu machen Ich geh mal kurz zum zaubertisch Warum geht das denn so nicht? Das ist voll Ne Aber warum bleibt das jetzt? Was soll das? Ach ich baue mir mal eine Rüstung Soll ich die aus Diamant machen? Soll ich die aus Diamant machen? Soll ich die aus diamant machen? Ich nehme mal das bisschen bessere Schwert Soll ich hab's jetzt eigentlich glaube ich aber also hatte ich die ganze zeit jetzt schon wo aber du musst halt dann ich dachte unbedingt nach eigentlich wollte ich bald die folge beenden nein ja ich bin also schon länger aber noch die buchse und herr buchse herr ich hoffe dass wir hier alles ab und schuhe so buchse wie kommst du dann gleich ich bin nicht gerade hier am anziehen und meine rüstung verzaubern ich habe aber keine dia rüstung genommen dafür ein bisschen zu dekadent finde ich so er macht es gar nicht woran liegt das hier also wenn ich ich habe einen verzauberten helm halbbarkeit 3 und wasser affinität das da heißt dass ich da ein bisschen weniger im wasser bleiben kann ja also unter wasser affinität hier fehlen mir wieder drei level so ich komme gucken mal gucken wie man da verstecken kann ich habe also gott ist das ein massives ding da muss man wirklich gucken wie man das was oder wollen wir das einfach durchbauen da kommen wir jetzt werden jetzt hier also das hier kann weg und das kommt es doch nicht alles weg und würde das sind die menge ziehst geht das auch ja also oder wollen jetzt einfach sagen wenn er jetzt noch zwei blöcke platz weil hier wäre ja eh schon wieder die mauer ja warum mir dann einfach zu sagen dass das ja hier so dass wir das gar nicht trennen wenn du stehst nicht mehr ich fühle mich im weg gucken wir mal da man da noch auf nein weil weil ich hier so zwei blöcke blöcke breites stück platz das bringt ja nicht also aber solche sind noch mal zeigen ja dann klick mal auf den knopf ach ob man kann hochgehen ja aber wozu brauchen wir das wenn wenn man mal wenn man noch so kann man nach oben gehen und kommen jetzt kannst du der knopf funktioniert nicht der da kommt der oberen die sind der dort dafür dass man hier runter kommen aber jetzt gibt es ein problem jetzt gibt das problem wenn ich jetzt hier drauf drückt fährt nur der eine aus ich komme durch weiß wie das problem die noch bei oben alle rücken nene 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 wenn du sie also wenn du hier hingeht und du merkst das funktioniert nicht ja dann geht es einfach hier durch durch die indischen und dann hat man dann reset knoppen und ist und jetzt soll das wieder klappen ist das kompliziert wieso kompliziert mit dem sag mal da mal wo ist das denn kompliziert ich habe mich mal hier ab mal warte mal ja da bin mal die technik hier mal durchgucken tut man auf die knöpfe nachdem mal gucken wie da passiert also jetzt ja jetzt das war das ist eigentlich ganz einfach jetzt ist das jetzt der obere klopfen kannst du nicht mehr der oberen ist eigentlich auch nur halten halt nicht hätten aber warum auch immer man also noch mal eigentlich sollte es klappen dass wenn ich den kommenten ist eigentlich ganz der wettbewerb dass wenn man das da ja mein gut hier eigentlich soll das eigentlich sollte es klappen komm mal her dass nicht in die länge bis sie noch ziehen nach hinten hier kommt man da gar nicht runter durchkommt biet unter durch ja damit man hier wo hier hinten nicht durchkommt biet durch naja ich werde mal gucken naja warte mal ich werde es noch einmal zeigen komm hier eigentlich sollte wenn ich jetzt den knopf drücke warte jetzt sollte eigentlich das hier wieder gehen der reaktion weiß aber durch irgendein mein kopf paket das nicht aber wo ist das denn kompliziert du musst ja nur hier drauf zum aufmachen wenn das nicht funktioniert hier gibt wir hinten hin und drückt gehen er ruhig hätte sein warum auch immer aber aber also verstanden aber aber die man was ich glaube man könnte das noch ein bisschen was was meinst du denn mit in die länge ja wo in welche länge denn nach hier so dass es nicht nach dass es noch weiter geht ja lieber dass es weiter geht anstatt die rhein aber das ist jetzt wie in die rhein wie meinst du das nach der nachtern sag mal was meinst du mit rein ja nicht so wissen wir hier willst du das hier weiter nach hinten verlagern oder was ja ja vielleicht ist ja nach der nächsten folge da sowieso etwas anders was denn jetzt wie meinst du soll der block weiter nach hier oder was jetzt lass erstmal so und wir gucken da mal gucken wo nochmal und ich habe hier gerade sonst geht es einmal durch lauf einfach weg lass die mobs sein ich brauche die ja ist doch jetzt sind ja ähm ja jetzt bleibt das so wie es ist und wir machen mit ich weiß ich hast du mal ja werde ich dir mal in wo mal das war eine riesige xxl folge ja und deswegen machen wir jetzt mal schluss und gucken was ist ja warte 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 ich muss es dir jetzt erst zeigen ich zeig dir das jetzt erst lauf einfach von den mob weg ignorier die nö ich brauche jetzt noch zwei levels lachen wir wollen du willst du jetzt auch die folge bände wichtig dass jetzt noch kurz zeigen können wir die hier kommen rein rein und drin und jetzt komme ich mal jetzt hier mal zu und jetzt kommst du durch den knopf auch und es auch wie zum teufel jetzt kommen hier rein gekommen ja ab jeden fall ist dann für heute schluss bis zum nächsten mal schluss ja tschüss trotzdem noch nichts disso ja tschüss sagst du nicht jenst tschüss 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 tschüss